Hallo zusammen, mein Name ist Marcel und endlich ist es soweit, die EP von Craven Hall ist raus. An der sind wir jetzt schon lang. Es hat angefangen damals, ich wollte schon immer irgendwas in Richtung Fantasy machen und hab dann den Stefan ein paar Demos von mir gezeigt. Und nachdem er dann gesagt hat, okay, da machen wir was draus, haben wir uns wirklich wöchentlich getroffen, ja eigentlich täglich war es noch, und haben Songs geschrieben, Grundgerüste gemacht und so weiter. Und dann haben wir uns überlegt, okay, das müssten wir professionell aufnehmen. Dann haben wir in Würzburg ein bisschen geschaut, was es da gibt an Produzenten und haben den Ali getroffen. Und es war wirklich gut, dass wir den getroffen haben. Bei dem haben wir dann auch die Vocals und alles andere bei mir, mir die Gitarren und den Bass aufgenommen und bei ihm dann die Vocals. Haben ein paar Abläufe besprochen, haben uns überlegt, welchen Sound, den Gitarren-Sound. Haben dann Ibanez, Reza Boki und dann noch eine Gibson mit Marshall-Amp genutzt und haben die eben komponiert. Es ist ein richtig guter Sound raus geworden. Aber es ist noch mehr passiert. Und zwar gibt es einen Martin Waldmann und Donnie Box. Und zwar die beiden haben mir geholfen bei den Lyrics schreiben und bei den Ideen. Ich habe mich auch lange mit dem Martin über die Ideen von Craven Hall zusammengesetzt. Auf der EP sind fünf Songs. Einmal das instrumentale Wind Before the Storm und dann The Quest, der Stand Before the Firestorm, die eine Geschichte ergeben. Und der fünfte Sound auf der EP als Sorts of Draenor. Und ist wirklich fast komplett die Idee von dem Film Warcraft The Beginning. Und zwar habe ich den gesehen und habe mir gedacht, okay, da passt so eine Richtung Powermittel sehr gut zusammen. Was kann ich noch drüber sagen? Das Cover wurde von Maurice gemacht, das Artwork. Und zwar von Calvrium Design. Sehr gut geworden. Und zwar, eigentlich war mein Gedanke nur, ich will einfach nur eine Stadt auf dem Cover, weil Craven Hall die Stadt ist, wo die drumherum die Abenteuer passieren. Und dann hat er sehr schön die brennende Stadt gemacht. Auch dann die Heroes, um die es dann geht. Und den Feuersturm, das hört ihr dann auf Holy Firestorm, worum es geht. Ansonsten, eine kleine Geschichte noch. Ich habe dann so ein Hay gebraucht in Holy Firestorm. Und hier in Würzburg gibt es ein Motorrad-Club, die Fantastics. Dann bin ich zu denen rein mit dem Mikro ins Clubhouse und habe gefragt, ob die mit mir ein kurzes Hay aufnehmen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und die sind jetzt auch mit auf der Platte. Ansonsten, Lockify, der Chris aus Berlin hat mich noch unterstützt. Hat mir noch Tipps gegeben, wie ich was aufbaue und wie ich die Homepage aufbaue und so weiter. Und jetzt ist es endlich soweit. Heute ist raus. Craven Hall, Heroes of Craven Hall. Auch die Familie roommates ein Uhr woh � us we m hier gel hung